Ja, Mick, ein ganz herzliches Dankeschön für diese inspirierende Keynote. 50 Jahre und wir sind noch am Anfang. Wahnsinn, wie viele Schritte schon nötig waren. Und ich bin, genau, ich freue mich gleich auf die Diskussion darüber, was alles noch nötig sein wird, um ein wirklich nachhaltiges Unternehmen auf den Weg zu bringen. Ich würde dich bitten, hier schon mal Platz zu nehmen. Sie haben gleich auch im Rahmen der Diskussion noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Herrn Austermühle. Zunächst möchte ich jetzt aber noch drei Personen auf die Bühne holen. Und zwar möchten wir mit Gründerinnen und Gründern diskutieren, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die aber eines gemeinsam haben. Und zwar wollen sie mit ihrem Geschäftsmodell eine gesellschaftliche Herausforderung bewältigen oder einen Beitrag zu dieser Bewältigung leisten. Zunächst möchte ich Josef Brunner auf die Bühne holen. Bäckersohn, Schulabbrecher und nun einer der erfolgreichsten Gründer Deutschlands. In den letzten 25 Jahren hast du mehrere Unternehmen gegründet und verkauft, sehr erfolgreich verkauft. Man liest über dich in der Bild und im Handelsblatt. Sie haben ihn bestimmt schon, oder dem einen oder anderen wird ja bekannt sein. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Mit deinem neuen Unternehmen hast du jetzt was ganz Besonderes vor. Aber da würde ich mich freuen, wenn du im Rahmen von den nächsten drei Minuten einfach mal erzählst, um was es geht. Ja, mache ich sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ihr alle da seid. Volle Hütte, das ist schön. Josef ist mein Name. Seit ich 16 bin, darf ich selbstständig sein. Meine Eltern hatten eine Bäckerei, die leider nicht funktioniert hat. Die haben wir dann verloren, haben unser Haus verloren und hat mich dann aber in die Selbstständigkeit gebracht. Etwas, das mein Leben nachhaltig geändert hat. Habe dann fünf Unternehmen gegründet, insgesamt vier davon verkauft, einen Börsengang gemacht. Und habe dann überlegt, was ich denn als nächstes machen möchte. Und kehre jetzt mit Nutri United zu meinen Wurzeln zurück. Ich liebe Lebensmittel. Ich esse wahnsinnig gerne und weiß aber auch, was die Ernährung für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft und den Planeten hat. Und dann habe ich mir überlegt, welche Themen mir persönlich denn wichtig sind. Und ich liebe Handwerk. Ich liebe Liebe zum Produkt und sehe, wie speziell kleine Lebensmittelunternehmen, die mit ganz, ganz viel Liebe Produkte bauen, Schwierigkeiten haben, in dieser doch relativ harten Lebensmittelwelt bestehen zu können. Also ist der erste Schritt, den wir bei Nutri United machen, diese Unternehmen zu kaufen. Wir wollen pro Jahr mindestens fünf Unternehmen, die eben Produkte, die regional sind, die hoffentlich Kreislaufwirtschaft im Kern des Wertschöpfungsprozesses verankert haben, kaufen. Und wollen dann mit diesen Unternehmen zusammen auch neue Produkte in den Markt reinbringen. Wir sind auf der Wiesn. Die Katrin hat es schon erwähnt mit unseren veganen und vegetarischen Produkten. Alles zusatzstofffrei, allergenfrei und wollen da quasi einerseits gesellschaftlich diesen mittelständischen Unternehmen ein neues Zuhause geben und aber gleichzeitig diese Infrastruktur, Produktionsinfrastruktur, die wir bekommen, dann auch nutzen, um allergen- und zusatzstofffreie Produkte in den Markt reinzubekommen. Mit der Zielsetzung, ein Konglomerat zu werden, das von der Schwungmasse mit Nestle mithalten kann, aber hoffentlich einen besseren Impact auf den Planeten hat. Das ist Nutri United in a nutshell. Vielen Dank für diese Kurzpräsentation. Hört sich nach einem sehr spannenden Vorhaben an. Ein bisschen auch nach einem kleinen Kampf David gegen Woliath. Wir sind sehr gespannt, gleich noch mehr darüber zu erfahren. Zuvor möchte ich doch Sarah Fleischer auf die Bühne bitten. Sarah habe ich vor circa einem Jahr in Brüssel kennengelernt. Damals stand sie mit ihrer Co-Gründerin gerade vor der Entscheidung, gehen wir in die USA. Es wäre so viel einfacher dort. Ich freue mich, dass ihr immer noch hier in München seid. Während des letzten Jahres habe ich immer auf LinkedIn nur Fotos von Sarah und dem Bundeskanzler, Sarah und dem Ministerpräsidenten gesehen. Schön, dass du heute hier bist. Was habt ihr vor? Oder woran? Kurze Intro zuerst. Okay, ja genau. Mein Name ist Sarah Fleischer. Ich habe hier Maschinenbau studiert, hier in der Technischen Universität von München. Das ist mein drittes Startup momentan. Die ersten zwei vor zehn Jahren, als ich 22 Jahre alt war, direkt nach dem Bachelor. Leider nicht erfolgreich, kein IPO bisher. Jetzt an meinem dritten Startup. Zwischendurch war ich auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Also ich habe in der Space Agency gearbeitet, im Wirtschaftsministerium in Luxemburg. Habe dort Finanzinstrumente aufgebaut und dort habe ich meine Co-Founderinnen kennengelernt. Super brilliant person, super smart, die Xenia. Und die ist diejenige, die die Technologie erfunden hat, woran wir heute arbeiten. Das ist Battery Recycling. Also wir können wirklich Lithium und Graphit aus jeder Art von Lithium-Ionen-Batterien herausholen. Das ist ein nasschemischer Verfahren. Ich kann mehr dazu, da kommen wahrscheinlich noch mehr Fragen dazu nachher. Aber wir haben wirklich das Unternehmen vor zwei Jahren aus dem Boden gestampft. Und es gab große, immer noch große Konzerne da draußen, die das Gleiche versuchen, wie zum Beispiel einer der größten Chemiekonzerne hier in Deutschland, um jetzt keine Namen zu nennen. Aber die bewegen sich einfach schon seit den letzten zehn Jahren so langsam, wo wir gesagt haben, hey, die Xenia hat in ihrem Postdoc in Aachen die Technologie erfunden, den Ursprung. Wir sind jetzt schon viel weiter voraus als jeder andere hier in Deutschland oder in Europa. Wir haben circa ein Fenster von fünf bis acht Jahren als Start-up, um eine neue Industrie zu shapen, um eine neue Technologie voranzubringen, die keiner anderer macht. Und so haben wir dann die Firma 2Zero gestartet. Genau, und ich bin die Co-Founderin und CEO von der Firma. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Last but not least haben wir noch Markus Johanning von der ProTech GmbH hier. Auch bei euch dreht sich alles um die Wiederverwertung von, oder nicht Wiederverwertung, aber Verwertung von ungenutzten Rohstoffen. Du hast eine kleine Präsentation vorbereitet. Hallo zusammen, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich habe eine kleine Präsentation ganz im Start-up-Stil mitgebracht, um Sie kurz mit auf unsere Reise zu nehmen und freue mich, ein bisschen was zu zeigen. Wir starten mit drei Zahlen, 1,2 Milliarden, 12.000 Tonnen und der dringende Bedarf an Biogen und vor allem skalierbaren Rohstoffen. Das waren die Startpunkte für unsere Reise bei ProTech. Und ich freue mich, Ihnen heute ein bisschen was darüber erzählen zu dürfen. Denn jeden Tag werden 1,2 Milliarden Eier industriell aufgeschlagen. Ein Eiweiß und Eigelb getrennt für Bäckereien, für Nudelbetriebe und so weiter. Und diese Prozesse resultieren in 12.000 Tonnen Reststoff jeden Tag weltweit. Und gerade in Zeiten, wo wir Rohstoffmangel haben, steigende Preise haben und dringend substituieren müssen, brauchen wir hier einfach neue Wege. Und dem nehmen wir uns bei der ProTech GmbH an. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen vom Reststoff zum Rohstoff und haben dafür Anlagen entwickelt, die wir dezentral direkt beim Verarbeiter platzieren können, dem seine ökonomischen Kosten nehmen können und dort die Reststoffe, die reinfallen, direkt in biogene Rohstoffe umwandeln können. Und zwar ohne Chemikalien, mit wenig Energie und hochgradig effizient. Was kommt da hinten raus? Zum einen biogenes Calciumcarbonat, auf der anderen Seite die Membran, das ist die dünne Haut, die Sie vielleicht vom Frühstückseil kennen. Was machen wir mit diesen Rohstoffen? Calciumcarbonat kennt, glaube ich, jeder von uns, besser auch genannt als Kalk. Kalk umgibt uns überall, Industrien wie Farbeindustrie, Papierindustrie, Baustoffindustrie, Füllstoffindustrie, Lebensmittelindustrie. Alle sind aktuell noch auf fossilen Kalk angewiesen. Und wir bieten hier eine kreislauffähige Alternative, die zum einen kreislauffähig und fast CO2 emissionsfrei ist und zum anderen aber auch vor allem höhere Homogenität hat als der klassische Kalk, preisstabiler ist als der klassische Kalk und zum gleichen Preis angeboten werden kann und vor allem einen höheren Calciumcarbonatanteil hat. Momentan sind in Deutschland ungefähr 50.000 Tonnen verfügbar. Die möchten wir in den nächsten vier Jahren bis fünf Jahren verfügbar für die Industrie gestalten. Auf der anderen Seite haben wir die Membranen. Und wir sind die erste Firma weltweit, die es geschafft hat, aus dieser Membran ein Bioplastik herzustellen, mit dem klassischer Kunststoff substituiert werden kann. Wir können zudem Biomoleküle, Pigmente und Indikatoren funktional in dieses Material integrieren, daraus ein technisches Material machen, was damit dann als Trägermaterial genutzt werden kann. Wir machen hier viele Joint Developments mit verschiedensten deutschen und vor allem bayerischen großen Unternehmen und freuen uns hier auch immer über neue Gedanken. Abschließend, Protec wurde von Fabian Hütter und mir gegründet. Wir haben in den letzten Jahren verschiedenste tolle Partner, vor allem hier in Bayern gefunden, mit denen wir jetzt schon lange zusammenarbeiten. Wir bauen gerade unsere erste Industrie-Großanlage, mit der wir über 100 Tonnen im Monat transformieren können. Ja, und ich freue mich, dass wir heute hier im Gespräch sind und uns tolle Inhalte anhören dürfen. Viel Spaß wünsche ich. Ja, herzlichen Dank auch für diese Präsentation. Ich glaube, wir haben hier wirklich drei tolle Beispiele von Unternehmen, die den Mut haben, Wandel in die Branche zu bringen, was Neues anzustoßen, so wie ihr das ja schon mal gemacht habt. Genau, und Josef, du sagst zum Beispiel auch, dein Unternehmen ist kein Unternehmen, sondern es ist eine Bewegung. Wie wollt ihr denn die Branche mitnehmen oder den Wandel in die Branche tragen? Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, wie wir denn in dieser extrem harten Industrie überhaupt gewinnen können. Speziell, wenn man sich anschaut, wie wenig Lebensmittelunternehmen es gibt und wie viel Geld die haben. Und für uns war dann relativ schnell klar, dass wir es nur über Authentizität schaffen. Also echt sein, nahbar sein, echte Produkte von echten Menschen mit einer echten Geschichte. Deswegen auch so viele Familienunternehmen, die Teil der Reise werden und die an uns glauben müssen. Wir bezahlen die Hälfte der Übernahmen in Cash, die andere Hälfte in Rückbeteiligung, sodass jeder Teil dieser Gesamtreise ist. Wie erreichen wir diese Authentizität, diese Nahbarkeit, indem wir die Distanz zwischen dem, was wir essen und uns wieder reduzieren. Also Lebensmittel sind fast anonym geworden. Die liegen im Regal und wir haben gar keinen Bezug mehr. Deswegen schmeißen wir auch so viel weg, weil wir gar nicht mehr verstehen, wie wichtig das ist. Und deswegen, um diese Authentizität zu erreichen, wollen wir sehr transparent, nahbar und kommunikativ sein. Also den Herrn Nestle gibt es nicht mehr. Kann man nicht mehr anrufen. Mich kann man immer anrufen. Also ich stehe dafür ein. Und wir tun es auch öffentlich. Also wir haben einmal im Quartal machen wir einen Podcast, wo wir ganz offen über das Unternehmen sprechen, über die Zahlen ganz offen sprechen, wen wir gekauft haben, was uns umtreibt, sodass wir die Menschen mit auf die Reise nehmen. Wir haben mit OMR zusammen eine eigene Podcast-Dokumentation gemacht, vom Rohstoff bis zum Regal, wie funktioniert das Ganze und versuchen in allem, was wir tun, so nahbar, so echt und so transparent wie möglich zu sein, um dann, letzter Satz, das ultimative Gut zu erreichen, das uns wichtig ist und das ist Vertrauen. Wir möchten, dass Menschen irgendwann auf der Straße sagen, Mensch, diese Nutri-United-Leute, ich glaube, denen kann ich vertrauen. Ich glaube, das würde man nicht über viele andere Lebensmittelunternehmen sagen. Bei deinem Pitch musst du schon an eure neue Kampagne denken, Quality is an environmental issue. Da geht es ja darum, die Wahrnehmung nochmal zu sensibilisieren, zu schärfen. Gleichzeitig, noch eine Frage an dich, sagt ihr, ihr investiert gar nicht in Marketing. Es geht nur um die Transparenz. Also, im Vergleich zu Patagonia, die ja recht viel erreichen über dieses Marketing auch. Ja, also bei uns ist es so, wir Deutschen sind ja beim Lebensmitteleinkaufen brutal schizophren. Also, wenn du die Leute fragst, was sie kaufen, bevor sie in so einen Supermarkt reingehen, wird das ganz wenig mit dem zu tun haben, was dann in diesem Einkaufswagen liegt. Und wir haben also, wenn freundlicher formuliert, sind wir sehr preissensibel. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass wir nur uns über Nischenprodukte wirklich differenzieren können, beziehungsweise, dass wir ein Unternehmen in der Schwungmasse von Nestle, ich möchte also auch mit Nutsch United idealerweise wieder an die Kapitalmärkte irgendwann gehen, dass wir diese Größe erreichen können. Da uns aber Qualität total wichtig ist, müssen wir irgendwo anders einsparen. Und wenn du dir ein heutiges Produkt anschaust, ist ungefähr 50% der direkten Kosten sind Marketing. Also, was eigentlich pervers ist, weil du dir selbst bei so einem Schweinenackensteak, das nichts kostet, ist ungefähr 50% ist Marketing da drin. Siehst du, wie wenig für das Produkt übrig bleibt. Dann von dem, was da übrig bleibt, bleiben nochmal 50% beim Handel und dann 50% gehen an den Produzenten. Und wir wollen die Produktqualität erhöhen, ohne dass wir den Preis erhöhen. Und deswegen haben sie halt die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist Marketing rauszunehmen, weil wir dann doppelt so viel Budget für das Produkt haben, führt aber im Umkehrschluss dazu, dass uns keiner kennt. Und deswegen auch dieser starke quasi Gang in die Öffentlichkeit. Also, wir waren jetzt, letzte Woche haben wir viel mit der Bild-Zeitung gesprochen, weil wir da auch, kann man sagen, ist das das richtige Medium? Aber wo erreiche ich denn die meisten Menschen? Ich muss ja aus meiner Blase rauskommen. Dann in der Welt, dann beim Gabor Steingart, wir kommunizieren also sehr, sehr viel und wollen die Menschen auf diese Reise mitnehmen, so dass, wenn sie irgendwann mal vor einem Regal stehen bleiben, sagen, Mensch, ich glaube, die versuchen wirklich, was Positives zu machen. Und deswegen gibt es kein Marketing bei uns. Ja, sehr spannend. Ich komme gleich zu euch beiden. Ich muss nur einmal, weil das auch ja der B2C-Markt bei euch ist. Würdest du das teilen? Der Konsument ist schizophren, preissensibel etc. Und vor allem habt ihr durch eure Maßnahmen in den vergangenen Jahren hier eine Veränderung gesehen? Oder sagt ihr, dass Patagonia-Kaufsemer ist? Oder der typische Patagonia-Käufer ist eh in einem Segment und die anderen erreichen wir gar nicht. Also wie versucht ihr eure Produkte nochmal in die Masse zu tragen? Also ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass Patagonia jetzt das Verbraucherverhalten irgendwie großartig verändert hat. Ich glaube, dass... Also ich bin jetzt zehn Jahre bei Patagonia und ich hatte gleich in meinem ersten Monat die Möglichkeit bei einer... Es war so eine Meinungsumfrage von einem unabhängigen Verbraucherinstitut damals, die wir in Auftrag gegeben hatten. Und es ging darum, ist unsere Kernzielgruppe, also sogar die Kernzielgruppe, sprich, damals waren es die Kletterer, Surfer, Fliegenfischer, zwischen 25 und 35 ist die bereit, für nachhaltige Marken mehr Geld auszugeben. Und das klare Ergebnis von zehn Jahren, vor zehn Jahren war, ja, ja, haben sie alle gesagt, ja, wie viel? Ja, vielleicht einen Euro oder zwei. So, also überspitzt gesagt. Und ich glaube, dass sich das insgesamt komplett verändert hat. Also das ist eigentlich das Positive. Und wenn wir als Marke dazu beigetragen haben, da vielleicht zu sensibilisieren und zu sagen, hey, Qualität ist einfach wichtig, weil die Dinge dann länger halten. Und ich meine, es gibt nichts Nachhaltigeres als ein Produkt, das einfach länger hält. Und es geht ja auch darum, also ein Teil von Patagonia ist ja auch, wir sind Fairtrade zertifiziert. Das heißt, wir zahlen faire Löhne an die Näherinnen und Näher und so weiter. Und das hat einfach seinen Preis. Und wenn wir da unseren Einfluss haben, super. Und ich glaube, dass sich die Gesellschaft an sich definitiv verändert hat. Und dass die Leute einfach viel mehr Dinge hinterfragen und auch bereit sind, für Qualität, für verantwortungsvoll produzierte Kleidung auch mehr Geld auszugeben. Manche können es nicht. Ja. Aber das ist so das, was wir festgestellt haben. Das hat sich verändert. Heute Nachmittag geht es genau um das Thema nochmal in unserem Themenforum Nachhaltigkeitskommunikation. Genau, Nachhaltigkeitswerbung zwischen Greenwashing und Greenhushing. Wenn wir jetzt auf euch beide schauen, seid ihr eher im B2B-Markt unterwegs. Was sind denn eure zentralen Herausforderungen, um das Produkt an den Mann bzw. die Firma zu bringen? Also bei uns sind hier Produkte die Rohstoffe selber. Also wir gewinnen Lithium zurück, Graphit auch von jeder Lithium-Ionen-Batterie. Wir haben enorm großen Bedarf hier in Europa von diesen Rohstoffmaterialien. Also 99 Prozent von Graphit wird aus China importiert. Wir haben hier gar nichts, in Deutschland vor allem, aber auch hier in Europa. Lithium über 75 Prozent wird importiert, vor allem aus China. Also sehr geopolitisch, was die Rohstoffmaterialien angeht. Deshalb nennt man das auch kritische Rohstoffmaterialien von der sehr politischen Sicht. Und das sind nicht nur die Batteriehersteller, die diese Rohstoffe benötigen, aber Lithium wird zum Beispiel in jeder Keramikindustrie verwendet, in Zementindustrie. Lithium hat die Fähigkeit, Zement um 50 Prozent zur Härtung zu beschleunigen. Auf jedem Smartphone das Glas, High-Performance-Glas oder Gorilla-Glas, deutsche Erfindung, da wird Lithium reingetan, um diese High-Performance zu ermöglichen. Oder jede Schott-Herdplatte, Keramik-Herdplatte, wird das Lithium drin, wegen der Hitzebeständigkeit oder Schmierstoffmitteln. Also es gibt sehr viele Industrien, die diese Rohstoffe benötigen. Das ist der komplette Mittelstand hier in Deutschland, die komplett abhängig sind von diesen Rohstoffmaterialien. und die rennen uns jetzt gerade alle die Bude ein. Wir sind leider noch ein bisschen zu klein, um alle zu befriedigen. Aber wir haben April diesen Jahres unser erstes Lithium-Produkt. Ich habe sogar hier was dabei. Das ist der Start-Up-Move. Das ist Made in Karlsfeld, Made in Munich. Lithium. Nicht aufmachen, ich reche das mal an. Ich brauche das aber am Ende nochmal. Aber ich glaube, das ist cool. Investoren muss ich immer sagen, nicht öffnen und riechen. Es schmeckt nicht. Aber genau, das ist richtiges recyceltes Lithium aus einer Autobatterie. Vielleicht aus der Batterie hier von unserem Automotive Company, hier um die Ecke. Genau, 100% recycelt. Und dafür braucht man keine Werbung. Der Bedarf ist einfach enorm groß. Das heißt, von der B2B-Sicht haben wir keine Schwierigkeiten. Jetzt wird es natürlich schwierig. Aber auch wir haben tatsächlich keine riesigen Schwierigkeiten. Glücklicherweise. Wir haben andere Schwierigkeiten. Also beim Calciumcarbonat ist es glaube ich relativ offensichtlich, wenn ich ein Material habe, was fast kreislauffähig und fast komplett kreislauffähig und fast komplett emissionsfrei ist und es non-disruptiv in die aktuellen Prozesse integrieren kann, dann ist die Preisgestaltung die einzige Frage, die noch im Raum steht. Da sind wir auch auf dem gleichen Level wie der klassische Kalk. Dementsprechend wird uns auch da die Bude eingerannt. Bei dem Biomaterial, das ist ein bisschen anders. Das hängt auch damit zusammen, dass es generell schwierig ist, neue Materialien, die noch keiner kennt, in den Markt zu integrieren. Da gibt es wahnsinnig viele Anforderungen. Gerade im Automotive-Bereich, mit dem wir auch viel sprechen, gibt es Listen von Dingen, die ein Material leisten können muss, bevor es für relevante Anwendungen überhaupt genutzt werden darf. Und da ist schlicht und ergreifend der finanzielle Aspekt das größte Hindernis. Also diese ganzen Tests zu bezahlen, die zeitliche Kapazität aufzuwenden, diese Tests durchzuführen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Da sind wir dran und robben uns da entsprechend vor. Ich glaube generell, das ist der Punkt ganz besonders wichtig, immer ein Problem lösen zu wollen. Das heißt, es geht nicht darum, einfach einen Katalog an Tests durchzuführen, sondern sich zu überlegen, wo ist die richtige Nische für dieses neue Material? Wo ist die richtige Nische für den biogenen Kalk? Und wie können wir da am einfachsten in den Markt reinkommen? Das ist die größte Herausforderung, diesen Weg zu finden. Wir sind aber sehr zuversichtlich und freuen uns auf die nächsten Monate. Und ihr arbeitet dann jetzt auch schon bereits mit verschiedenen mittelständischen Unternehmen zusammen. Wie läuft die Zusammenarbeit? Genau. Also erstmal muss ich dieses Gerücht entkräften, dass die Mittelständler keine Lust haben, Innovation zu betreiben. Das ist ganz anders als das, was wir wahrnehmen. Wir haben extremst viele Anfragen erhalten auf allen Messen, auf denen wir waren. Berlin, Frankfurt, München. Haben wir extrem viele Mittelständler gehabt, die auf uns zugekommen sind, die wahnsinnig innovationsaffin, innovationsoffen sind und die vor allem auch die Manpower mitbringen, um auch solche Themen dann entsprechend zu behandeln. Da kriegt man dann Leute, die aktiv an dem Thema arbeiten, die ein gutes Reporting haben und die einem helfen, gemeinsam irgendwo anzukommen. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die viele Startups haben, bevor sie eben solche tollen Partner kennenlernen, mit solchen Menschen verknüpft zu werden. Wie können wir gemeinsam ein Problem kennenlernen und dann dieses Problem gemeinsam lösen? Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, die man als Startup am Anfang hat. Und wir sind total dankbar, dass da so viele Menschen auf uns zugekommen sind und freuen uns auch auf alle, die dann auch weiterhin mit uns gemeinsam Innovation betreiben möchten. Vielen Dank. Während ihr noch wachst und skaliert etc., sagt ihr ja, wir haben gerade ein Interview, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, mit Herrn Micke Austermühle im IHK-Magazin, profitabel genug. Ihr seid profitabel genug. Also welche Rolle spielt denn Wachstum bei euch noch? Weil man könnte ja auch argumentieren, so mehr ihr wachst, so mehr erhält die Klimastiftung, so bessere Produkte sind auf dem Markt. Welche Zielkonflikte gibt es da im Unternehmen? Oder wie ist das Verständnis, wie ist aktuell euer Verständnis von Wachstum und welche Zielkonflikte gibt es gegebenenfalls? Also grundsätzlich können wir nicht profitabel genug sein. Weil je profitabler wir sind, umso mehr können wir verschenken. Also von dem her, wir müssen profitabel sein, wir wollen profitabel sein und wir wollen möglichst profitabel sein. Aber, und das unterscheidet uns von ganz vielen Unternehmen jetzt auch, wahrscheinlich insgesamt, aber speziell in der Outdoor- oder Begleitungsbranche, wir müssen nicht wachsen. Also wir sind nicht durch, von der Gesellschaftsform her oder von Shareholder-Value her gezwungen zu wachsen. Und das ist eine sehr komfortable Position. Und unser CEO, der Ryan Gellert, der hat vor vier, fünf Jahren her, hat er der Züricher Zeitung ein Interview gegeben, hat gesagt, global wollen wir nicht mehr wachsen. Und das ist auch nach wie vor richtig. Wenn der Markt wächst, dann wachsen wir mit, generisch, aber wir müssen keine Dummheiten machen. Wir müssen keine Sauereien auf gut Deutsch machen, um zu wachsen. Und wenn er sagt, wir müssen global nicht wachsen, dann heißt das, dass wir uns, so hart es für manche ist, uns im ein oder anderen Land auch vom ein oder anderen Handelspartner trennen können, der nicht mehr zu uns passt und können dafür mit anderen, die besser zu uns passen, die unsere Philosophie mittragen, wachsen. Das ist damit gemeint. Also wir müssen nicht wachsen. Wir wollen auch nicht global gesehen nicht unbedingt wachsen. Wir wachsen aber nach wie vor in Europa. Also in Europa wollen wir auch wachsen. Da sind wir deutlich hinter, also wenn man Europa mit Nordamerika vergleicht, wo wir herkommen, sind wir wahrscheinlich zehn Jahre hinterher, auch was die Bekanntheit der Marke angeht. Von dem her ist es auch wichtig, dass wir hier in Europa noch wachsen. Kannst du nochmal, du hast gesagt, das ist, genau, ihr müsst nicht wachsen. Wie sieht es ganz praktikabel aus in der Unternehmensstruktur, in den Mitarbeiterzielen? Das ist ja auch was, worüber immer wieder diskutiert wird. Wie bekommen wir eben die Nachhaltigkeitsziele unseres Unternehmens auf eine persönliche Ebene heruntergebrochen? Also es ist natürlich so, dass wir, wie ich gesagt habe, wir wollen profitabel sein und um profitabel sein zu können, müssen wir auch Dinge verkaufen. Das ist ja auch das, wovon ich gerade vorhin gesprochen habe. Uns ist bewusst, dass wir einen Impact haben. Aber bei uns ist es eben so, dass auch unser Vertrieb, unsere Salesleute haben nicht als einziges Ziel und auch nicht als Hauptgewicht irgendwelche Wachstumsziele, sondern da geht es auch wirklich darum, keine Ahnung, morgen ist Freitag, morgen ist ein München-Klimastreik. Da gehen wir, ja, da machen wir den Laden zu, auch unseren Store in der Leopoldstraße und dann gehen wir zuerst mal drei Stunden auf den Klimastreik und dass man an solchen Sachen teilnimmt, dass man an ein Envirope-Internship, manchmal komme ich auf den Scheiß da, also im Umweltbereich, bei einem NGO für eine Woche mitarbeitet. Das sind auch Ziele, die wir unseren Mitarbeitern irgendwo in die Jahresziele mit reinschreiben. Josef, du bist nicht nur Unternehmer, du bist auch Investor. Was geht dir durch den Kopf? Würdest du in Patagonia investieren? Ja, also es gibt aus meiner Sicht eben, wir haben irgendwie vergessen, dass Unternehmen einen gewissen Zweck erfüllen müssen. Also deswegen ist diese Philosophie des Shareholder Values, ist aus meiner Sicht nicht nur, was die Umwelt betrifft, sondern auch den gesellschaftlichen Beitrag, den Unternehmen und Unternehmer leisten sollten, total obsolet. Und ich finde, es gibt ja so eine neudeutsche Purpose-Diskussion, wo wir ganz teure Consultants engagieren, die uns sagen, warum wir denn existieren. Und ich glaube, wenn ich als Unternehmer jemand anderen brauche, der mir sagt, warum es mich gibt, bin ich auf dem falschen Dampfer. Ich glaube, dass die Unternehmen, die wirklich durch Passion getrieben sind und auf einer Reise sind, immer fühlen, was richtig ist. Und ich kenne viele Unternehmer und ich kann dir sagen, dass die, die wirklich erfolgreich sind, eigentlich nie monetär getrieben sind, sondern die wollen irgendeine Art von Veränderung, eine Verbesserung erreichen. Und das ist wunderbar, weil das Kräfte mobilisiert, die Angestellte niemals haben werden. Also das ist dieses, diese eine Meile mehr zu gehen oder was du angesprochen hast, diese Resilienz auch zu haben, wenn man fest daran glaubt, das Richtige zu tun, dann auch durch so einen Teil der Tränen ganz, ganz lang durchgehen zu können. Darum glaube ich, dass das ein, ich weiß, worauf du raus willst, aber dass das ein verschobener Blick zwischen Kapitalmarkt und Unternehmertum ist und dass du vielen Unternehmern gar nicht erklären musst, was sie tun müssen. Dass das eher bei den etwas auf Abwegen geratenen Großunternehmen der Fall ist. Genau, jetzt gibt es ja diese gesamte Sustainable Finance Regulierung, die ja auch wieder dieses langfristige, nachhaltige Denken am Finanzmarkt stärker platzieren will. Inwiefern betrifft das dich? Ja, ich stehe jeden Morgen auf und freue mich über jede neue Regulation, die wir kriegen. Also ich würde da brutal radikal mal in unseren Katalog der Unternehmensvorschriften gehen und mir mal die Idee überlegen, wo habe ich denn den größtmöglichen Wirkungsgrad, den ich erzeuge, weil wir haben so viele Papiertiger, die sich unglaublich gut anfühlen, solange du die nicht implementieren musst. Und ich habe jetzt letztes Mal zwei Minister aus dem Kabinett vom Herrn Scholz eingeladen, dass sie mal mit mir durch meine Unternehmen durchfahren und sich mal anschauen, was die Mitarbeiter den ganzen Tag machen, die wir für Compliance und für Regularien abstellen. Weil ich glaube, manchmal haben die den Bezug verloren zu dem, was Regularien machen und dann zu dem Speziellen, was du angesprochen hast, Sustainable Finance. Ich habe mein letztes Unternehmen, das ist ein Energy Management Unternehmen, das haben wir an die Frankfurter Börse geführt. Wir machen nichts anderes außer Energiesparen und es ist für uns ein Rätsel, wie wir irgendeinen Mehrwert aus diesem Sustainable Financing rausziehen sollen. Konnte uns bis jetzt noch keiner erklären und das zeigt so die Herausforderung, wie weit die Politik weg ist vom Unternehmertum und wir müssen aufpassen, dass wir auch auf den Outcome, auf den Wirkungsgrad schauen und ansonsten werden wir nichts erreichen. Genau, die Wirkung sollte im Vordergrund stehen, auf jeden Fall. Sarah, von welchen Regulierungen oder mit welchen Regulierungen ich will nicht sagen, kämpft, aber du weißt, was ich meine, oder mit welchen Regulierungen beschäftigt. Auseinandersetzen. Ja, genau. Zu viele. Wir sind ja ein Hardware-Unternehmen, also ähnlich wie die anderen. Wir recyceln Lithium-Ionen-Batterien, das ist ein Hazardous Waste. Wir dürfen offiziell nicht einfach so Battery Waste annehmen, dafür braucht man einen Permit, das nennt sich Waste License, dafür benötigt man zwölf Monate. Da kann man jetzt nicht einfach in den Startups sagen, ja, warte mal zwölf Monate, bis du operativ werden kannst. Wir haben jetzt einen Zwischenweg gefunden, wo wir das machen dürfen, bis zu einem Limit, aber jedes Mal, wenn wir wachsen und skalieren, brauchst du einen neuen Permit. Ist nicht so schön, ist nicht so einfach für einen Startup. Das Zweite, Baugenehmigung. Wenn du jedes Mal in eine neue Plant Location reingehst, ganz am Anfang waren wir bei 100 Quadratmetern, momentan sind wir bei 1000 Quadratmetern und jetzt suchen wir eine neue Location für 5000 bis 10.000 Quadratmetern. Da musst du den kompletten Prozess von vorne anfangen, weil das natürlich Location-based ist. In der USA kannst du einfach so, quasi, es sieht immer so einfach aus, aber wahrscheinlich ist es auch so einfach, kannst du einfach eine Produktionshalle aufbauen und laufen lassen, Geld machen und dann reden wir mal, was für Regulierungen da passend sind. Aber hier, als Startup, ist es sehr schwer zu skalieren und das dauert einfach viel zu lange und manchmal wissen auch die Behörden nicht, was genau gesucht wird. Also das ist immer ein Rätsel zwischen den Ländern, Bundesländern und regionalen Gegenden. Umso mehr freut es uns ja, dass ihr immer noch hier seid. Was war dafür dann der ausschlaggebende Grund? Good question. Es heißt nicht, dass wir kein Auge auf Amerika schauen, aber München oder Deutschland ist auf jeden Fall unser Headquarter, unser Homebase. Die Technologie ist deutsch, kommt aus Aachen, ursprünglich von meiner Co-Founderin, die Xenia, während ihrem Postdoc. München ist nicht nur schön, aber ist auch sehr attraktiv für Top-Talente. Also momentan sind wir 15 Leute und 11 Leute, also 11 verschiedene Nationalitäten. Wir haben es geschafft, dass mehr als die Hälfte der Leute wirklich nach Deutschland ziehen, nach München ziehen, um an der gleichen Mission von Two Zero arbeiten. Das schafft vielleicht nicht jede Stadt hier in Deutschland oder hier in Europa. Wir haben hier gute, also Top-Talents und wir sehen auch den Markt, dass es auch groß genug ist. Also Deutschland ist ja Homebase auch von der Automotive-Industrie. Hier werden die ganzen Gigafactories aufgestellt und bis in den nächsten zehn Jahren, also bis 2035, kommt das meiste Müll von den Gigafactories selber. Also momentan ist 60 Prozent von Battery Waste von den Gigafactories, weil einfach die komplette Ramp-Up-Phase von der Gigafactory 100 Prozent Ausschuss hat in den ersten zwölf Monaten und das muss man sofort recyceln. Und da jetzt mehr und mehr Gigafactories anlaufen, produziert das sehr viel Müll und das bleibt auch alles hier, weil es gibt jetzt auch die EU-Regulierungen, wo der Müll hier bleiben muss, weil da die wertvollen Rohstoffe sind, aber wir haben keine ordentliche Technologie, um das zu recyceln. Das heißt, Deutschland ist einfach einer der größten Märkte für uns hier in Europa, auf jeden Fall. Heißt aber nicht, dass wir irgendwann mal oder sehr bald expandieren. In Ordnung. Ganz herzlichen Dank. An dieser Stelle möchte ich schon mal das Publikum befragen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Hier meldet sich schon eine Dame. Haben wir ein Zuschauermikrofon? Hier vorne ist eins. So, dann gibt es vielleicht mal ganz kurz. Dankeschön. Ich gebe es mal eben durch. Am besten sagen Sie ganz kurz Ihren Namen und von welcher Organisation, welchem Unternehmen Sie hier sind und dann gerne gleich die Frage. Ja, genau. Nicht von der Organisation, sondern ich bin selbstständig. Zwei Fragen an die Frau Fleischer, die mir die ganze Zeit im Kopf schwören, die ich gerne loswerden möchte. Und zwar das Erste, wie gut ist Ihr Patentschutz? Und das Zweite, was ich habe, ist, haben Sie darüber nachgedacht, mit den Automobilherstellern zu kooperieren aufgrund von finanzieller und diesen Möglichkeiten, deren Facilities eben auch mit zu benutzen, um das zu umgehen mit diesen ganzen Genehmigungen, die Sie brauchen? All right. Ja, vielen Dank. Warte, nochmal die erste Frage. Ich bin schon in den Gedanken bei den... Patentschutz. Ah, Patentschutz, ja, genau. Lieblingsthema. Als Startup ist es schwer, alles zu machen. Ein Patent braucht sehr viel Zeit. Wir haben jetzt unsere ersten Patente auch registriert, aber wir fahren ein ganz normales Verfahren, also eine Mischung zwischen Trade Secret und Patente, weil Patente heißt nicht unbedingt, dass es uns schützt. das heißt, wir fahren da, also wir arbeiten da mit guten Patentanwälten, die uns da sehr gut beraten. Also ich würde einfach sagen, wir sind in guten Händen. Wir haben ein Core IP, wir sind geschützt, wir haben Freedom to Operate, das ist jetzt sehr technisch. Wir dürfen das machen, was wir machen momentan und haben auch die ersten Patente registriert. Aber man kann natürlich viel mehr machen, aber die Ressourcen muss man zuerst mal haben. Genau, wir sind nicht wie die großen anderen Unternehmen, die hunderte Leute haben für nur die Patentspalte. Zu der zweiten Frage OEMs, das ist jetzt eine Mischung von Gedanken hier gerade. Es wurde gerade auch eben angesprochen, ich war Anfang des Jahres eingeladen beim Söder und auch beim Scholz, unserem Bundeskanzler, wo die Transformation der Zukunft quasi angesprochen worden ist. dann wurden viele Industrie, sage ich mal, Individuen eingeladen und vor mir hat ein CEO gesprochen, einer der größten deutschen Automotive Companies, der dann wirklich aktiv gelobbied hat, hey, die Regulierung, die die EU quasi auch bewirksam gemacht hat, dass ab 2030 sechs Prozent von recyceltes Lithium in jeder Lithium-Ionen-Batterie drin sein muss. das heißt, in jedem Auto ab 2030 braucht recyceltes Material, wo dann der CEO gesagt hat, das wird nicht funktionieren, wir haben die Technologie hier nicht in Europa, das wird niemals funktionieren. Vielleicht in 2040. Ich durfte nach ihm sprechen, ich habe gesagt, geben Sie uns 200 Millionen und wir beliefern die Firma 100 Prozent nächsten Jahr. Also es fehlt noch ein bisschen, sag ich mal, um das Wollen. Also wollen die OEMs, wollen die Autoherrscher wirklich in die Richtung gehen, wollen sie da investieren, wollen sie den Wechsel machen auch intern, wollen sie umstrukturieren, wollen sie neue Produkte herstellen, das ist alles halt Kostenfragen. Wie gerade eben erwähnt hat, nicht nur beim Einkaufen im Supermarkt, aber auch jede andere normale deutsche Unternehmen sind sehr, sag ich mal, in der Art schwierig, Geld in die Hand zu nehmen, um diesen Wechsel zu machen. Genau. Da wären wir wieder bei dem Zitat, das, Kathi, du heute früh schon zitiert hast, beziehungsweise ganz am Anfang der Veranstaltung. Es ist schwieriger, Leute die Ideen vergessen zu lassen, die alten Ideen als neue irgendwie herbeizuert oder für neue zu begeistern. Vielen Dank. Wir hatten noch eine Frage ganz hinten. Mein Name ist Georg Vogel, ich bin EMAs-Fan und EMAs-Mensch der ersten Stunde. Was EMAs heißt, entweder mich fragen oder zum IHK-Stand nach draußen, gehen in durch unterstützte Unternehmen bei Umweltmanagement und Nachhaltigkeit. Meine Frage geht an den Michael aus der Mülle. Der Josef Brunner sagte eben was mit Schizophrenen, der deutsche Verbraucher. Bei dem Vortrag war ich auch ein bisschen Schizophren. Wunderschöne Bilder, wunderschöne Initiativen der Firmengründer seit 60 Jahren im Unternehmen, Company Mission, da fing es aber schon an, die andere Seite. Unnötige Belastungen vermeiden, das klingt so wie, er hat sich stets bemüht. Und auch die späteren Maßnahmen mit dem Bauwagen und mit der Reparatur der Kleidung, das sind alles Nano-Maßnahmen. Nano ist deutlich weniger als Mikro-Maßnahmen. Auch das Beispiel mit Gore-Tex, PFC, einer der umweltschädlichsten Begleitungsmaterialien, was PFC heißt, entweder Michael fragen oder mich oder googeln. Haben Sie in der Firmengeschichte von Patagonien ein Beispiel für ein Produkt oder für eine Produktion, die sich in der Branche durchgesetzt hat? Also Gore-Tex gilt nicht, weil da was ganz, ganz Schlechtes zu ein bisschen weniger schlecht geworden ist, sondern gibt es irgendeinen, wo Sie Vorreiter sind, was sich in der Branche durchgesetzt hat? Danke. Also, ich glaube, es gibt mehrere Produkte. Ich habe ein Beispiel genannt, das sind die Julex-Anzüge. Es gibt viele Beispiele und weil Sie jetzt das Reparieren angesprochen haben, speziell das Tiny House, es geht nicht darum, wie viele Teile wir da reparieren, sondern es geht darum, einen Sinneswandel zu erzeugen. Und ob Sie den Kopf schütteln oder nicht, das ist aus unserer Sicht so. Sie können da gerne anderer Meinung sein. Wir reparieren, wir wissen, dass wir an so einem Tag 30 Kleidestücke reparieren können. Das ist nichts, da gebe ich Ihnen recht, aber es geht um einen Sinneswandel. Es geht darum, zu sagen, wegwerfen ist uncool, reparieren ist cool. Das ist unsere Philosophie. Noch eine letzte Frage. Ja, danke. Christiane Zusalm ist mein Name. Ich bin Aufsichtsrätin. In Ihrem sehr guten Interview, Herr Austermühle, in dem IHK-Magazin, habe ich gelesen, dass Patagonia auch anderen Unternehmen hilft, dieses Modell, wir sind profitabel genug, beziehungsweise das Wachstum zu erweitern, um eben ethische Ziele oder ökologische Ziele, beziehungsweise eben nicht das wirtschaftliche Wachstum in den Vordergrund zu stellen, dass Patagonia dabei auch anderen Unternehmen eben hilft. Und das fand ich sehr interessant, weil wenn man einmal so weit gekommen ist wie Patagonia und auch das Vertrauen der Konsumenten eben schon sehr gewonnen hat für eben eine Übereinstimmung zwischen ökologischen und ökonomischen Zielen, denn das ist das, was ja so wenig noch gelingt, finde ich, anderen Unternehmen. Das würde mich mal sehr interessieren, ob Sie da vielleicht noch mal mehr zu sagen können. Ich hatte das verstanden als so eine Art White-Label-Angebot, wie auch andere Unternehmen dort sich so aufstellen können. Also wir machen eigentlich zwei Dinge in dem Bereich. Das eine ist auf NGOs bezogen, also gar nicht so sehr auf Unternehmen, dass wir, also NGOs haben sehr oft gute Ideen, haben keine Reichweite und kein Geld. Und wir haben in dem Bereich nicht die gute Idee, aber wir haben das Geld und wir haben die Reichweite und damit unterstützen wir NGOs. Das ist das eine. Und das andere ist einfach das, dass wir, wenn wir eine Technologie haben, ob das jetzt Julex ist oder ob das jetzt die Gore-Membran ist, da bin ich übrigens auch überhaupt nicht der Meinung, dass das nicht, dass es auch nichts Exklusives ist, was Patagonia macht, sondern es ist ein Industriestandard. Wir gehen nicht her und sagen, wir wollen da, also in unserem Bereich ist es nicht so wichtig, einen Patent zu haben, zumindest für uns nicht. Wir gehen her und sagen, hier, das ist umweltfreundlich, bitte nehmt das. Das sind unsere Produktionsstätten. Also wir gehen da nicht, wie andere Firmen auch in der Branche, her und knallen da mal 20, oder keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Patent nicht aus, Patentrecht, wie lange so ein Patent läuft. Also das ist überhaupt nicht unser Weg, sondern wir sagen, das finden wir gut, das ist umweltschonend, bitte nehmt es daran teil. Also das sind eigentlich die zwei Dinge, die wir in dem Bereich machen. Ja, finde ich super. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt schon zu euren Abschlussstatements kommen. Wenn wir nachhaltiges Wirtschaften weiter fördern möchten, was ist denn euer Kernanliegen? Wer möchte beginnen? Da fange ich gerne an und spreche noch über die Regulatorik, nachdem es so ein beliebtes Thema heute ist. Gerade als kleines Startup, was jetzt vier Jahre Bootstrap gearbeitet hat und sich viele Erfolge erkämpfen musste, ist es wahnsinnig aufwendig, sowohl zeitlich als auch finanziell, sich durch den regulatorischen Dschungel durchzukämpfen. Wir brauchen einfach strukturell einfachere regulatorische Systeme, die man leichter auch selbst durchdringen kann. Wir arbeiten mit Experten zusammen, mit der Pivot hier in München, Regulatorikberatung, sind also bestens aufgestellt, aber selbst in so einer Konstellation ist es gerade im Lebensmittelbereich alles andere als einfach neue innovative Ideen voranzubringen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da jemand noch mal einen erweiterten Blick drauf werfen könnte, denn das würde vielen Menschen helfen, ihre innovativen Ideen leichter und schneller in den Markt zu bringen. Und ich glaube, das ist der Wunsch, den wir alle gemeinsam haben. Ich kann da nur zustimmen. Regulations ist nervig für Startups. Aber das Zweite für Startups ist auf jeden Fall Geld. Wir brauchen viel Geld zu skalieren. Es gibt viel Geld hier in Europa. Wir haben hier sehr viel Geld, aber manchmal geht es nicht in die Richtung von Startups, sondern eher für Großkonzernen, vor allem bei neuen Innovationen, die wir vorantreiben möchten hier in Europa. Und da eine große Bitte an die EU, aber auch auf der Bundesebene, dass mehr Geld fließt und einfacher und schneller fließen zu lassen an Startups. Ich würde ungefähr 50 Prozent der Bürokratieverwaltungskosten in der EU und in Deutschland in nachhaltige Transformation investieren. Das heißt, ich würde zu den Beamten und die Apparate, die sich geformt haben in Brüssel und in Berlin abbauen. Und das hätte zwei starke Dividenden. Das heißt, wir hätten mehr Budget, dass wir quasi nicht mehr im Staatsapparat haben, dass wir in Transformation investieren könnten. Und ein Teil, der beim Bürokratieabbau oftmals übersehen wird, ist, wie viele Ressourcen das bei den betroffenen Unternehmen freisetzt. Und wenn wir diese zwei dann frei werdenden quasi Quellen von Kapital intelligent investieren würden, hätten wir enorm viel gewonnen. Das wäre mein großer Wunsch. Ja, ich habe eigentlich drei Gedanken, die jetzt auch hier bei mir hochkamen in der Zeit hier. Das eine ist, reparieren ist echt cool. Aber Secondhand ist auch richtig cool. Das habe ich von meinen Töchtern gelernt. Und das Dritte ist einfach das, auch das ist so eine Philosophie, die wir bei Patagonia versuchen zu leben, ist, dass man nicht denkt, ein Einzelner kann nichts bewirken. Es kann wirklich jeder Einzelne kann was bewirken. Also das ist auch so eine Philosophie, die ich auch wirklich bei Patagonia gelernt habe. Wenn einer eine Idee hat, man findet schon Supporter dann und so weiter. Also von dem her, jeder Einzelne kann wirklich was bewirken. Nicht-Denkenden-Einzelner kann es nicht. Ja, Mick, vielen Dank. Das war noch schöne Schlussworte. Wenn ich Leute wie euch auf der Bühne habe, denke ich, macht es mir auf jeden Fall immer Mut, dass wir den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft schaffen. Ich hoffe, Ihnen geht es ähnlich. Wir haben jetzt noch zehn Minuten vor der Pause und jetzt wird es erst mal ein wenig künstlerisch. Möchtet ihr hier oben noch sitzen bleiben? Oder? Ja, da haben wir danach alle hier oben. Genau, aber jetzt kommen zwei kreative Köpfe auf die Bühne. Lars Rothberger und Jakob Weber, die verantwortlich sind für den Parcours Futur. Wir wollen das ja sehen. Ja, genau. 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 Ja, genau.